Was würde passieren, wenn der nächste amerikanische Präsident sagt, wir machen nicht mehr mit? Wäre das der Fall, aber ich hatte es ja schon mal gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es der Fall ist, dann wäre das ein massiver Einschnitt in NATO, in die Fähigkeiten und auch für den Bestand der NATO mit Sicherheit. Ich sage nicht, dass es keinen weiteren Bestand hätte, aber eine NATO ohne die Vereinigten Staaten wäre sehr, sehr schwierig umsetzbar.